Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mirror's Edge. Wir befinden uns hier wieder an der Stelle, wo ich immer verkacke die letzte Zeit. Na. Ich muss erstmal wieder die Steuerung wissen. Au. Ja, ja. Jawoll. Und zack. Und hier. Nein, wie war das? Ach Gott. Ach, den hier. Okay. Wow. Ah, ich bin unten. Schlag dich zum Plaza durch. Hopp. Wir versuchen, hier den Weg abzuschneiden. Schüttel, fähig schnell. Äh, ja. Du musst die zur Plaza durchschlagen. Es gibt einen Weg durch den Tunnel da vorne. Durch den Tunnel da vorne. Das ist schon mal sehr gut. Atme gleichmäßig weiter und lauf, Faith. Ach, Moment. Ich muss durch. Huah. Nein. Nein. Ach, Schiff war's. Ich bin ja so ein Dödel. Egal, was hinter dir ist. Lauf einfach weiter. Ja. Mach ich. Huah. Centurion Plaza. Kommt voraus. Sei vorsichtig. Und weiter. Äh, lauf. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung. Das ist der einzige Weg. Bis zur Bahnüberführung. Bewegung, Bewegung! Hopp. Du hast die Kass abgeheckt. Ich gebe die Krieg. Ja. Komm, Faith. Holen wir dich heran. Oh. 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 Verdammt, Merck. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Sel. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet er euch. Wollen wir wetten? Wer? Jack Knife. Drake weiß, wo Jack Knife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt es nur so von Cops. Du kannst die Kanäle bis nach Emton Town folgen. Und hoch. Na, komm, hoch. Hallo. Warum hat er sich nicht hochziehen wollen? Hopp. Ja, ja. Ihr habt alle Nachrichten, die ich brauche. Hopp. Hopp. Ach so, dein Langhangeln. Ach, verdammt. Wie war das mit dem Abrollen? Ja. Ganz sicher. Ja. 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 Laufen wir. Oh. Oh. Wow. Ähm, ja. Wow. Scheiße. Das wär ganz gut. Ja. Wunderbar. Und rüber. Und rüber. Ja. Und rüber. Okay. Bam. Sie haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Du musst aus der Kanalisation raus. Sie haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Ja, was denn nun? Ah. Okay. Das scheint der falsche Weg zu sein. Lass mal los. Dann kann ich nicht hoch. Alter. Das ist ja nicht meine Polizei, oder? Meine Polizei, die drauf scheißt. Jetzt. Hopp. Wow. Das ist meine Kanalisation. Okay, wo müssen wir genau hin? Ach, hier kann ich hoch. Da, schau her. Hopp. 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 Achso. Ich muss in die Richtung. Was war das? Achso. Oh Gott. Das gilt nur für einmal Sprung. Noooo. Nein, das gilt auch nicht. Gut, dann versuchen wir das nochmal. Ah, es ist so laut. Es ist so laut. Es ist so laut. Hm, ja. Irgendwas in der Richtung muss ich doch machen. Nee, muss ich mich denn da an einem festhalten, oder muss ich da überhaupt runter? So, nochmal probieren. Wie war das nochmal mit dem Abrollen? War das Linkstaste? Ah. Jetzt hab ich's. Oh. Oh. Verdammt. Welche Taste. Hopp. Ich muss das nochmal rausfinden. Der Vogel zieht ab, zieht außerhalb der Luft rein. Jetzt schwinge ich die Kanäle. Ja. Ich muss nochmal schauen, wie das mit dem Abrollen war. War das nicht Linksklick? Hopp. Hopp. Ah, halt dich. Na doll. Muss ich jetzt wieder den ganzen... Na gut, dann kann ich abrollen nochmal üben. Und ihr habt wieder Spaß. Hopp. Hopp. Ah. Hopp. 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 Und hopp. Okay, es war nicht Rechtsklick. War es denn? Der Vogel zieht ab, zieht außerhalb der Luft rein. Sie hat schwierig in die Kanäle. Warum? Daneben gegriffen. Naja, bis zum Ende dieses Parts, oder dieser Parts, möchte ich dann doch wenigstens, äh... Abrollen lernen. Was war... Was war das? Oh, wow. Hopp. Okay, und nochmal. Und hopp. Und hopp. Das musste ich echt noch, äh, irgendwie rauskriegen. Der Vogel zieht ab, zieht außerhalb der Luft rein. Jetzt schwing dich in die Kanäle. Und hopp. Oh, Mann. Knapp. Ich hätte eine Wand. Ja. Eins, zwei, drei... Hä? Musste ich da nicht hin? Was... Was soll das? Warum muss ich jetzt den ganzen beschissenen Weg nochmal? Lass mich hoch. Jetzt rege ich mich auf, ey. Nein, 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 nein! Nein! Das ist doch einfach nicht schön. Machen wir mal einen, äh... Perfekten Lauf jetzt. Darf doch nicht wahr sein, dass ich die ganze Zeit an dieser beschissenen Stelle hänge. Oh. Oh. Oh, okay. Da kann man sogar langlaufen ohne den Henkel. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh.